Unsere erste Uraufführung in dieser Spielzeit, Don Quixote. Es ist ein Tanzstück mit dem Humor, der Poesie, viel schönerer Momenten, Bilder, musikalischer Klang. Das Stück hat alles, was durch den Tanz alles vermitteln kann. Leichtigkeiten, Lebendigkeiten, Emotionen. Und das macht schon viel Spaß zu schauen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020